Bitte tut mir nicht weh! Was ist das? Nein, du bitte dich die Füße, ich fliehe sie an! Das ist ja schrecklich! Und? Aber ich hab Ihnen doch schon gesagt, dass ich kein... Gut, bring mir die Nummer 3! Oh nein, bitte nicht das! Also gut, ich verrate euch unser Geheimnis! Wir drei sind nämlich Drachenjäger! Und zwar die Besten, die es gibt, glauben Sie mir! Wir können euch dieses Viehzeug vom Hals schaffen! Kein Quatsch! Diese Geschichte hat uns das Mädchen auch schon erzählt! Das ist kein Quatsch! Wir machen die Viecher alle und das können wir euch auch beweisen! Wie sieht's aus? Sind Sie einverstanden? Oh nein! Hören Sie mal, wir machen es sogar umsonst, wenn Sie wollen! Wir machen es sogar umsonst, wenn Sie wollen!